und damit herzlich willkommen zur ersten folge von der ersten folge zu einer neuen folge von paragon ich bedanke wir haben jemanden tot geschlagen weil wir voll der geile fiese böse mann sind und eigentlich sind wir eine frau die eis macht ja ich freue mich sehr dass ihr dabei seid und wir stürmen jetzt hier mit unseren minions mal hier so in die richtung und haben mega freude alles gut magier auch wenn du stein wahrscheinlich daneben geworfen hast dass wir ihn sonst getötet hätten ist das alles cool denn der erste kill ist meiner nur weil ich ihn festhalten konnte damit er nicht wegläuft und schon ist er wieder fast tot na das war es aber nicht so richtig wert ja ich hab damals mein handy wieder auf lautlos gemacht sie kennt das ja jeden tag dieselbe prozedur nee wieso macht er so einen schaden da schießt die einfach auf mich frech frech ist das frech frech was ist denn hier los man 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 An Allied Tower ist unter Attack. Nein, 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 nein. Oh. An Allied Tower ist unter Attack. Fuck. Jo, ein bisschen selber dran, schuldig. Verdammt, warum hab ich mein Stinken vergessen? Ich hab ja nichts stehen zu trinken. Ja. Das war auch dumm wieder. Nie auch so dumm und gierig sein. Lieber zurückziehen und nicht sterben, wie ein billiges Schwein. Das ist Rat von heute. Und die Gegner sind auch alle ziemlich gut im Flüchten. Die Wolf-Bild... Alter, Stufe 4? Ich bin hier Stufe 2, das gibt's doch nicht. Das klang so ein bisschen gerade nach Link. Uah! Ich hoffe, ich krieg jetzt mal ein bisschen Erfahrung zusammen. Fletsch, hat fletsch. Na? na so ich geh da nicht näher ran so nah will ich da nicht ran zwei ferienkämpfer und ich bin ihnen so eine kleine nahkampf nudel na das ist nicht ganz so geil ja 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 nicht so cool nicht so cool da das läuft überhaupt nicht gut hier ich glaube ich habe sie ziemlich verärgert mit dem ersten kill den ich gemacht habe an ihm ja 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 du Du, da hinten war Party. Ich glaube, wenn die Bogenschützer eben ein bisschen mehr aufgepasst und mit auf den Geschossen wäre das wesentlich schmerzhafter für den ausgegangen. Und wäre ich schon Stufe 5. Und bist du nur unsere Countess. Schon Stufe 5. Hm, der ist in Wande, der will ich nicht gegenlaufen. So. Oh, sehr gerne. Bist gut geflüchtet, Lady. Oh, mein Ultimei fehlt einfach noch. Oh, my power grows. Oh. so wenn man euch stufe 5 benachrichtigen sprich benachrichtigen gleich zurück bei so war es aber unglaublich viel zeit um das einzutippsen aber bei allen anderen muss tage rum klicken ich habe aber auch das gefühl dass teams sind relativ ausgeblich wir kriegen hier alle die ganze zeit mehr oder weniger hin und her aus maul also die ganze zeit so unangemessen und schießen können ist ätzend und das war der turm das gab ja mega ausmau und ich kam einfach nicht weg konnte ich machen was ich wollte aber die gegner wurden auch getötet so auf auf anderen seite aber schöne farbe hat er und sie nur sekunde gewartet ich bin ein bisschen unsprachlich heute muss ich jetzt die selben arschkämpfe unglaublich geschaden macht einfach warte noch warte noch warten noch mann so mehr katz wieder irgendwas irgendwo untergeschmolzen und ich könnte ich zuordnen was noch mal nein 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 einfach alle gegner der mitte unterwegs wir sind jetzt mal ein bisschen staff zusammen wir sind mal ein erwischt Aber auch mal angemessen jetzt hier. Keines gilt. Keines gilt zum Flüchten. Oh, er hat zum Glück voll daneben geworfen. Oh Gott. Oh Gott. Oh, schön, jeden von denen zu einer Schaden gemacht. Also ich finde hier noch magier Dings tränke. Mana. Sehr schön. Die beiden sollten vielleicht nur nach Hause gehen. So, sehr schön. So. Oh, so langsam bin ich auch raus, wo ich das zünden muss, damit ich ihn treffe. So. 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 And. So. 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 Was war das denn für ne dumme Aktion? Diese Scheiß Heilung ist nimmer. Ah, das war dumm. Ich hätte bei Dings bleiben sollen. Ja. Die Füchse haben sich zu sehr geheilt. Oh Gott. Mehr Teamplay, weniger alleine. Mehr Teamplay, weniger alleine. Mehr Teamplay. Hey, der geht ihren Triff aus dem Scheiß. Nicht weiter hätte er herlaufen. Ja, der killt dich. Wie ich sagte, der killt dich. So. 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 Nur nicht irgendwo alleine vorstürmen jetzt. Wir müssen hier mehr Teamplay beweisen. Nicht so wie da drüben, wieder die Countess. Die Count. So. The power grows. Oh Gott, ist das alles ätzend. Jemand muss die Mitte verteidigen, man muss links verteidigen, ja so von ausgeglichenes team zu rundsmund schlunz team. Ja, werde ich nicht wieder nach vorne gelaufen, ich bin tot. Kacke. Das Blau ist auch tot. Ne, das gibt es doch nicht. Ey, du kannst dich einen Stein schmeißen und damit treffen oder? Ey, mach dich kalt, Junge. So, Stein. Kann er nicht. Oh Gott, ist das nicht gut. Ja, ich spiel dir im wesentlich besser. Das Countess ist immer wieder versucht da auf der Seite. Nee, nee, nee. Wir müssen zusammenspielen. Was macht ihr hier alle? So absolut Selbstmord, was die da machen. Ja, den trifft man nicht. Warten auch. Jemanden. ... ... ... Ach Leute! ... ... ... ... Das ist ein Magier, der weiß, wie man wirft. Der weiß, wie man wirft. Nicht wie unsere Kacknase. Nicht mal einen Stein um die Ecke gerollt kriegt. Uh, er hat mal was getroffen. Aber der macht doch nicht wirklich Schaden, oder? Und tot. Ich weiß nicht, was dieses Team macht, aber... Wow. Die anderen sind nicht wesentlich besser. Was machst du? Die können nicht treffen, die können nicht zielen, die können alles nicht... Gar nichts. Der andere schiebt immer Steine von A nach B und... Keine Ahnung. Berührt nichts damit. Ja, das war gerade auch feinig von mir. So, versuchen wir beide erstmal. Ich folge dir jetzt einfach mal. Ich folge dir jetzt einfach mal. Nutti Nudel. Ich bin wenig erfolgreich gewesen. Ich bin wenigstens. 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 Äh So so nicht hier im mini und zweck machen ist doch ätzend, dass sie alle so Skills haben, mit denen sie einfach abhauen können, die Arsch ich habe langweilig das Gefühl, er weiß wie er seinen Stein schmeißen muss so Untertitelung des ZDF, 2020 Nein! Hätte ich die Oliweid auch mal benutzt. Dann wäre sie auch hingewiesen. Und der da auch. Oh, jetzt haben sie einfach uns alle und die haben es überlebt. Mit kaum Energie wahrscheinlich. Ah, jei, jei, jei. Brauchen wir jemanden, der so richtig kacke Schaden rauskloppt. Aber irgendwie macht das so keiner. Ich sterben einfach alle viel zu schnell. Ansprechen, Ultimate, Ende. Sehr gut. Nicht zu sehr jagen. Go, 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 go. Ich mache die Mitte, ich mache das links hier alleine. Alles klar. Mein Boot, ich bin eh gerade verballert. Hier mache ich die Mitte, ich mache das links hier alleine. Mein Boot, ich bin eh gerade verballert. Lo overt. Geh. Boah. Geh. ähm hi ich bin weg von unserem Turmchen hier ich kämpfe bis meine eine neue karte bitte auch nichts töten wir haben jetzt glaube ich seit ja schon immer nichts getötet nichts getötet eine lebensraub bitch auch noch ein ein Das war's für heute. ja nur eine sekunde gehabt hätte sie getötet aber man kriegt sie keine sekunde das gesamte team auch schläft die sind richtig aufmerksam die säule sehr gut noch besser nicht so gut nicht jagen bitte jagen diesen feind nicht dagegen will ich auch nicht kämpfen schaden kürt drecksau ja 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 mal eben mit unaufwechslung oder was war da los wieso sind denn so minions weit nach vorne gekommen ja ja schön Häufchen bilden na hübsche ja 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 Nur? Boah, kann man das machen, dass hier richtig wenig Schaden. Na, kriegen Sie es noch verteidigt? Ey, wir haben eingetötet in dieser Beulerei eben gerade. Hier wieder 3 tot, wir müssen die ganze Nummer hier zu zweit halten. Lauf nicht raus, verteidige die Gehütte. Da ist ein... 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 Ich konnte nicht weg, die springt aus meinem Fuck raus und ich kann das nicht machen oder was? hier im regen hängen geblieben das war es jetzt wirklich so unfairere stärken verhältnisse definitiv klar ja ich hoffe das match hat euch trotzdem gefallen auch wenn es heute wieder eine niederlage war hatten wir glaube ich gestern einen sieg ja wenn ja wir spielen sehr viel europa zurzeit ja ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja lasst mir gerne ein däumchen da und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten video wieder bis dahin wünsche ich euch alles alles gute und danke dass ihr dabei gewesen seid rein